Intro Herzlich Willkommen Leute zu einem kleinen Video zu dem Spiel Dragon Ball The Breakers. Wir haben das Spiel natürlich schon mal gespielt vor ungefähr einem halben Jährchen. Ähm, Dragon Ball The Breakers ist ein 7 gegen 1 Spiel. 7 Überlebende, mittlerweile auch auf Namek oder auf der Erde, treten gegen Cell oder Freezer an. Zum Release dann auch gegen Majin Buu. Das Ganze funktioniert so, dass die Überlebenden und auch der Bösewicht, der Raider, Energie sammeln müssen. Die Überlebenden, indem sie Energie finden oder Menschen retten und der Böse, indem er Menschen tötet oder Energie findet. Wenn die Survivor genug Energie haben, können sie es sogar mit dem Bösen aufnehmen. Ansonsten hätten sie noch die Möglichkeit, mehrere Schlüssel zu suchen und eine Zeitkapsel zu aktivieren. Der Böse kann die Zeitkapsel kaputt machen, um das Entkommen zu verhindern. Und natürlich kann der Böse auch alle Überlebenden töten, um zu gewinnen. Das heißt, entweder tötet man den Bösen oder die Überlebenden oder haut mit der Zeitkapsel ab oder zerstört die Zeitkapsel. Es gibt also mehrere Objectives, die man zeitgleich absolvieren kann. Wir haben mit einer 7er-Gruppe gespielt gegen Random Killer und ich möchte euch heute ein oder zwei Röntgen zeigen. Ich würde mich selber in Support freuen. Ich bin sehr gespannt, wenn das Spiel im Oktober rauskommt. Ist noch ein klein bisschen hin. Das Spiel sieht nicht fantastisch aus, aber glaubt ihr, es macht extrem viel Spaß. Los geht's! Ich glaub schon. Wittertze, was ist die Freezer? Wie ist die Pick-A-B? Mach mal grüne Küste, oh nein! Guck mal, die Oolongs vermehren sich. Meerschweinchen! Oh, keine Bulma mehr! Es sind also Meerschweinchen. Ja, sehr gut. Der hat Nefi an den gebracht, aber unabsichtlich. Aber unabsichtlich! Nein, das war komplett. Wir sind Meerschweinchen, vermehren sie sich. Bin ich bei dir gespawnt, Dalu? Äh, ich bin Videl. Ich bin ein Schweinchen. Ja, dann bin ich bei dir. Ich bin eben ein anderes Schweinchen. Schwein! Nein! 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 Du weichchen Gang, das war. Nein! Direkt NPCs retten! Weg hier von meiner Kiste. Ja, ja. Da ist eh noch Mist drin. Raketenwerfer, ja, war Mist drin. Der kann sich behalten, den Raketenwerfer, der ist größer als Unwahrscheinlich. Was mich so ein bisschen stört, ist die Ansicht. Voll, oder? Dass es nicht so zentriert ist, sondern... Wenn du rechts und links läufst, läufst du auch rechts und links und dein Bildschirm bewegt sich erst mal. Oh, ist für die der Schießen, ah! Das ist echt blöd. Oh, der ist ziemlich darunter eigentlich. Ja, das ist schon tot. Kannst du bitte nicht die gleichen Kisten looten, wie ich wächst? Aber... Du gehst immer zu den besten Kisten. Ich hab ne goldene Kiste hier bei mir. Ein Schlüsselradar. Ich hab den Dragon Ball gefühlt in meinen Freunden. Die Radar sind durchkommen. Oh, ich hab da ein Kraftschlüsselradar. Nice. Ja, den kannst du benutzen, dann kannst du die Schlüssel kennen. Der Radar sollte man immer nutzen. Wait, aber... Ich hab kein Item jetzt mehr. Er hat zwei gedrückt halt und dann siehst du deine Items. Oh nein! Die kleine Lase neben mir. Da ist ne Uhr dran. Prezi. Genau, du musst dann... Kräft ihr mich an? Ich schieß da jetzt auf. Ich schieß da jetzt auf. Ich schieß da jetzt auf. Du kannst sie platzieren. Es gibt so ein Dragon Ball Altar. Da sind die dann safe, glaube ich. Aber ich glaube, du brauchst alle gleichzeitig, um das machen zu können. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ich dachte, ihr habt aggro. Hatte ich. Hatte ich. Ich bin dann aber verwandelt abgetaucht. Nein, ich wollte kein KmR mehr machen. Ich wollte die Verwandlung abbrechen. Ja, ich verdrück mich auch noch. Aber wie breche ich die Verwandlung ab? Gar nicht. Gar nicht. Wie setze ich jetzt eigentlich sowas wie... Ich hab'n Kraftschlüssel gefunden. Nice. Ich hab'n Dragon Ball. Da muss Gordon leuchtet. Kann jeder einsetzen, den Kraftschlüssel. Ich bin Bereich B gewesen, falls irgendjemand von euch dort ist. Ich bin bei BR. Kann ich hier mein Dragon Ball abgeben? Oh ja, stimmt. Wir sind im B. Ich brauch ja irgendwie... Da brauchen wir erst alle. Wenn ihr mehrere Radars habt, die kombinieren sich zu einem Radar. Also ihr habt dann alle Radars in einem. Aha, da muss ich ja so'n bisschen mehr sammeln, hm? Aua! Ich hab' immer noch kein Radar. Ich bin schon wieder tot. Oh nein. Hat jemand von euch schon den Altar gesehen? Jetzt hat er. Oh, da oben auf dem Gebäude ist er. Es gibt mehrere auf der Map, glaub' ich. Ja, ich bin unterwegs. Vielleicht Stufe 2. Aber mit Maßen tust du es so schön angenehm, ne? Aber nächste Runde spiel' ich mit. Aber läuft das Spiel jetzt besser? Ja. Aber tot bist du ja doch nicht. Du kannst hier aufgehoben werden. Ich frag mich, wie man sich heilen kann. Ja, ja. Hab dich. Es gibt so Automaten auf der Map, da musst du was mit Geld ziehen. Ja. Ich setz den Schlüssel ein für Bereich B. Sehr gut. Ist es einer bei Divi und kann sie auch sehen? Macy. Hebt mich auf. Er ist am Start vorne. Okay, ich hab jetzt ein Drachenradar. Oh, ich glaube er kommt nicht zu uns. Nee, nee. Sehr gut. Ach nee, ich bin schon eingesetzt, ja. Du kannst ihn eigentlich verprügeln eigentlich. Dankeschön. Du kannst ihm ein Damage machen. Du wirst auf die Hälfte und herkommen. Ich geh zu Bereich C. Weil er müsste kurz vor 3 sein. Äh, der seine Leiste ist ja noch nicht mal auf Hälfte. Hier brauchst du nicht her. C ist leer? B ist leer. Ja. Ja, ich geh zu C. Achso, ich hab B verstanden. Nee, nicht. Geht's zu C. Also wir sollen das vielleicht doch so ein bisschen abfallen? Äh, es sind sehr viele Bereiche. Wir sind sehr viele im B. Bei mir liegen zwei. Ich hol mal zwei. Ich mach mich mal in Bereich E. Oh, er ist hier. Oh, das war nicht so gut. Okay. Ich hab einen Dragon Ball. Ich hab einen Dragon Ball. Ich hol noch einen zweiten. Wo soll ich hingehen? Dropp mal den Dragon Ball. Wie kann ich das droppen? Das steht unten links bei dir. E glaub ich. Oder X. Oder so stand da. Da wo Place Dragon Ball steht. Achso, platziere, ja. Wieso hab ich Heartbleeds? Weil er in deiner Nähe ist. Ah, er kommt. So, ist das hier der Automat zum Heilen? Power oder Cooldown Drink? Aber ist ja beides falsch. Muss kurz Undercover als Kristall gehen. Wex, wir können ja nicht gleichzeitig beide rennen. Boah. Ich glaub schon. Also ich glaub, ist jeder schneller, oder? Meinst du? Was denn? Also wenn wir zu zweit retten. Das müsste schneller gehen, glaub ich. Wex, wir müssen den Schlüssel finden. Ich brauch Heal. Wo soll ich gehen? Habt ihr Dragon Balls? Ich hab zwei gleich, wenn ich den einen finde. Ja. Ich hab Schlüssel für A. Nice. Ich hab einen zweiten Dragon Ball. Ich hab halt nicht mal einen Radar oder so. Ich kann nicht mal gucken, dass ich einen ziehe. Ich hab doch gerade aufgearbeitet. Es funktioniert nicht so ganz. Wie, das Radar funktioniert? Natürlich funktioniert das Radar. Ja, ich weiß nicht. Also ich erkenne es nicht. Du stehst nicht. Du machst Shift und dann Y. Oder du machst es halt an, ne? Und dann siehst du dann einen Schlüssel irgendwo. Ja. Schlügel ist Stufe 3. Sehr gut. Du kannst ihn bestärkern. Du kannst ihn killen. Alleine glaub ich da nicht dran. Doch. Er ist relativ langsam. Also wir haben echt gute Chancen gegen ihn. Ich hab Schlüssel E gefunden. Sehr schön. Ich hab ihn genuket. Soll ich ihn? Soll ich ihn an... Ich kann mitkommen. Ich bin Stufe 2. Ich bin even mit ihm. Okay. Kurz vor Stufe 2 wäre. Ich wäre auch grade auf Stufe 2. Aber ich setz keine Schlüssel für A ein. Oh, er ist Topo. Er ist links in der Höhle. Ja okay. Ich komm hier raus und dann... Wo ist er denn gerade? In welchem Gebiet ist er? Ich weiß nicht. Okay, ich rem an. Geh mir mal da. Ich glaube auch nicht. Los, dass sie nicht wegfliegen. Der Nahkampf ist X? Ist Nahkampf X? Ja, ja. Ich weiß es nicht. Los! Ich auch! Fristas! Wo ist er hin? Kamehamehaaa! Let's go! Wo ist der Streich? Ich bin einfach raus. Los! Erst dann! Ich bin auch raus! Ich auch! Abhauen! Jeder für sich! Ich bin der Rakete! Schnell weg hier! Ey, Xix! Ich muss los! Abruf! Abruf! Ich bleibe Stufe 3, oder? Oh mein Gott! Nein, ja, ja, ja. Ich bin tot. Warum konnte er jetzt A zerstören? Weil er so eine Billy-Bee hat. Er kann das nach 1 Sekunden. Soll er den Bereich schon beschlossen haben? Ja, trotzdem, er kann sich aussuchen, welchen Bereich er schließen will. Es ist ja theoretisch, es ist smart, einen Bereich zu schließen, den wir fertig haben. Ich weiß aber nicht, ob er das weiß. Geht zu D? Also, ich weiß nicht, ob er sieht, welchen Bereich wir fertig haben. Ich glaub, er sieht das nicht. E, können wir übrigens einsetzen, ne? Mhm. Moment, er müsste einen Dragon Ball verloren haben, weil wir ihn angegriffen haben. Er verliert die Dragon Balls. Vielleicht kommen wir auf sieben Dragon Balls. Ich hab einen, ich hab den letzten gefunden. Oder ist das da? Ich hab Dragon Ball Radar 3. Also, ich sehe sie alle. Oh mein Gott, ich hab ihn gefunden. Bei Divi ist da einer. Ich hol mir die, die da liegen. Ich geh auf Dragon Balls. Ich hol den nächsten Schlüssel. Divi, ich bin gleich da. Kannst du den droppen? Ich bin genau neben dir. Ja. Er fliegt in Richtung E gerade. Wie dropp ich den? Von, von den nach E. Ich hab mich aus Versehen verwandelt. Weil die Sticks reindrücken ist. Wie kann ich? Zurück verwandeln ist nicht, ne? Ne. Hm. Äh, unten links steht das bei dir. Ah, da. Dann flieg ich mal ein bisschen rum. Da wär's bei mir. Ah, Cancel Transformation. Rechten Stick reindrücken. Wer hätt's gedacht? Keiner. Ich mach eh zu. Hallo? Willst du meine Balls auch noch haben? Äh, 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 äh. Boah. Ich hab, ich habe jetzt 5. Ja, ich habe 2. Oh, ich kann uns, ich kann uns eine Stufe geben. Ich kann uns alle eine Stufe upgraden. Aha. Ich bin Stufe 3 schon. Aber wo ist, ja dann wirst, ja dann wärt ihr 4, glaub ich. Kann 1? Er töte Milchbrochen. Aber warte, wo ist der, wo ist das jetzt? Scheiße, ich kann mir nicht raus. Wo ist, das muss auf der Map zu sehen sein, oder? Warte, ich geh mal mit einer Kapsel hoch und guck. Ich auch. Alter, ging das schnell. Okay, wo ist dieser Altar? Ja, sieht man den? Ja, den siehst du, wenn du in der Kapsel bist. Ja, den siehst du, wenn du in der Kapsel bist. Das muss ja der sein. Da, ich hab ihn gesehen. Hier bei mir. Ich bin ja auch bei dir, aber wo ist er? Hat man nur, denke ich, Luft unter Wasser? Ich glaube ja. Nee, ich bin bei dir. War der nicht hier? Hier war was rumgegangen. Ja, das hab ich auch gesehen. Wie die nur rumstehen mit ihrem Schweinchen. Ja, ich kann halt nicht wirklich was machen. Das leckt so sehr, oder was? Es macht nicht wirklich Spaß so, nee. Schade. Kann halt kaum was machen. Oh, das ist blöd. Ich seh den Altar da hinten. Lüfte der D-Altar sein. Das Ziel läuft aber einigermaßen. Ich hab keine Ahnung wo. Also man merkt das schon sehr. Ja, ja. Ja. Letztes Mal wurde das Ding doch angezeigt, oder nicht? Nee, da musste man auch wissen, wo der ist. Ich setz den Schlüssel ein. Okay, Leute. Ich hab den Altar. Ich rufe Shenlong. Und dann wünschst du dir jetzt für alle... Genau, dass alle stärker werden. Weil meine bringen... Ich bin drei und eine Wehring. Ja, ich bin gar nicht hoch. Ja, da ruft Shenlong. Wünscht sich für uns alle eine Plusstufe und dann verwandeln wir uns alle. Ja, let's gooo. Und dann verpugeln wir ihn. I want to get stronger. My allies. Also ihr werdet alle. Habt mir für euch alle... Nee, ich nicht dann. Ich bin immer noch Stufe 3. Aber ihr habt aber einen Boost. Also ihr habt alle gerade einen Boost. Was ist da oben jetzt mit dieser Kapsel? Greift alle Cell an jetzt. Okay, ist bei mir. Wo ist er denn? Parola? Ich komme euch dazu. Verprügeln! Ja! Let's gooo! Holt ihn euch! Ich will es mit einer Kapsel aus der Luft sehen. Ich komme auch hoch. Ich lande auf ihm. Wow! Er ist tot. Let's gooo! Da sind wir. Kacke, dass das bei dir so schlecht läuft. Also ich hätte ansonsten noch einen Key über, falls ihr dann der Satz für mich suchen wollt oder so. Kann ich noch irgendjemanden... Also ein Key hätte ich noch, falls ihr jemanden wüsst. Also hast du low FPS hast du die ganze Zeit? Ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie ganz weird. Auf eine andere Platte. Da gibt es keine Lösung für. Die haben auch Probleme. Hm. Was ist der Fall? Euer Christian. Oh Mann. Was hat euch das überhaupt?